Fuck man, ich muss noch Weekend League spielen, so. Aber keiner hat... Hey! Keiner hat Bock! Mein Spiel hat auch gar keinen Bock! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Foul. Mann, das ist doch scheiße von euch! Du scheiß Schiedsrichter! Wo ist meine Pfeife? Ich hab hier irgendwo eine Pfeife! Ah, das ist so doof! Wie laut! Sagst du jetzt kriegst du den, oder was? Das war's. Meine Nachbarn. Das ist es. Das war schön. Das war schön, euch kennengelernt zu haben. Wir versuchen uns zwei Spiele... Ah, cool. Genau so und nicht anders. Ehrenmann, okay? Wenn wir jetzt noch einen Sieg schaffen, dann quitt ich auch so ehrenvoll. Er quittet einfach selbst. Das ist nicht mein Ernst. Er schießt hier ein Eigentor. Der sagt, er hält den Ball und ich krieg's nicht mal ne Ecke. Jaaa! Das ist auf Defensive wieder gehen nur. Also auf... Weil so sind wir schon sehr anfällig für Konto. Ich drücke Schuss, ich drücke Schuss. Digga, dieses Game ist einfach... Es wird einfach gewürfelt. Das ist insane. Ich drücke Schuss, ich drücke Schuss, ich drücke Schuss. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Mann. Jetzt hab ich Bissspuren hier drin. Tinker? Oh mein Gott! Danke, Tim. Ich brauch aber keinen Delennart-Nachheft. Zweiter Frost, Messi. Messi. Oh mein Gott! Aber... 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 Ich weiß nicht, wie wir es... Oh, 210! Er hat aus Versehen dicht im 83er statt den 85er Vinicius gekauft. So, jetzt wird's interessant. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will den Stream gucken. Ich will den Stream gucken. Boah, warten! Die ganze Zeit... Wie... Wie haben wir denn den Team-Präschen, Knopf? Ich wollte heute die Kontrolle stellen. Jetzt spielen! Ja. Der in der Mitte rennt jetzt abseits! Weil er dumm ist! Weil er dumm ist! Ich hasse dieses FIFA! Er muss nur stehen bleiben. Er rennt mich! Pass! Schuss! Tor! Er rennt! Ist die ganze Zeit im Abseits! Wie ein Dummer! Wie ein Dummer! Ich musste 5 Minuten warten! Dass der Hund aus dem Abseits rauskommt! Ja, was ist das denn? Es reicht doch irgendwann, oder nicht? Was war das gerade ein Boost von dem Ball, Digga? Hä? Digga, bin ich doof, oder hat er den nicht gehalten, den Ball? Doch! Never. Ja. Die Signature-Karten sind echt nochmal gut gestiegen. Oh nein! Ein bisschen hier noch chillen. Ein bisschen noch draften. Der war respektlos. Der war ganz respektlos. Genau. Oh mein Gott. Ja, perfekt! Clip! Jo, mach mal den Clip! Oh oh! Ne! Den Clip kannst du jetzt machen! Na gut, wenn man das noch vergleichen kann mit dem letzten Jahr, weiß ich nicht. Ah! Hilfe! Guck mal, was er macht. Oh mein Gott! Der war ein Geist! Ey, guck mal wie Tello hier ist! Ey, guck mal! Bro, geht's dir gut! Schon wieder das... Oh mein Gott, schon wieder bei einem Ansatz dieser LSD-Kameras! So kurios! Was ist da grad passiert in der Mauer? Boah! Auf einmal wie von einem Geist gestoppt! Guck mal! Wumm! Wumm! Ich will gar nicht mehr! Und dann geht der zurück! Und wir täuschen einen mal an! Wir tun so, als wären wir V! Wumm! Wumm! Und... Spaß, Digga! Ehrlich, für mich, das sind die größten V-Männer, die nicht mal Sieg geben! Kannst du haben! Kannst du haben! Wir sind nämlich fertig! Wir wollen unsere Pags! Oh! Oh! Das meinen die nicht ernst! Das meinen die doch nicht ernst, oder? Nein! Niemals! 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 Das ist der schlechteste Spieler hier im Sport, Digga! Hä? Der Torwart läuft nach vorne? Hä? 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 Digga, hä? Hallo! Hä? Wie geht's? Hä? Hä? Digga! Hä? Eine Minute später! Mach mal nen Clip und dann schenke ich das FIFA Deutschland, Digga, wild! Ja, ich hab... Ich bin jetzt einfach... Ich hab FIFA... Ja, wir haben alle... Skoll, Jungs, wir sind aufgestiegen! Durch das... Durch das Bein von Vinaldum der Ball! So! Und nicht, dass das dann reicht? Nee? Dann... Kriegst du auch noch so das Gegentor! Perfekt, Digga! Perfekt! Da erobert er den Ball! Also das wollte er so sicher nicht! Er trifft ins eigene Tor! Komm mal von hinten ran hier! James! James! Neue Eggball-Taktik erfunden! Ich hab so weirde Sachen geträumt, ne? Ich muss wirklich bald mal zum Arzt gehen! Ich hab heute geträumt... Guck mal, ihr macht mich richtig fertig, Chad! Ihr macht mich psychisch schon ganz kaputt! Ich hab geträumt, dass Gravenberg auf 130k ist! Und für alle, die es nicht wissen, ich hab in Gravenberg investiert, als er bei 30k war! Weil ich meinte, das ist eine Safe 86! Dann hab ich gesehen, dass die noch zweimal gegen Dortmund spielen! Dann war das für mich doch nicht mehr so eine Safe 86! Konnt ihn dann aber für Plus, Minus, Null auscashen! Weil dann Fehlkill kam oder so, wo man Spieler abgeben musste! Und jetzt ist er bei 50k und ich hab einfach geträumt, dass der auf 130k gegangen ist! Und ich dachte mir, oh mein Gott, hätte ich die überhaupt alle behalten! Und ich hab geträumt, dass es nen... Dass es nen Freeze-Banier da gibt als linken Flügel! Junge, ich muss zum Arzt, man! Nein, Bro! Quitte nicht! Ey, mach nicht diesen! Ja, scheiß auf dich wirklich! Was ein unehren Mann! Hoffentlich! Hoffentlich! Gehst du zu deinem kleinen Cousin! Und willst auf lieben Onkel machen! Ja, Bruder, perfekt! Cousin, Onkel, ja! Und willst auf coolen, großen Cousin machen! Willst mit dem Lego spielen! Ziehst aus irgendeinem Grund deine Socken aus! Und ich hoffe, du trittst so auf so ein kleines Lego-Steinchen! Was du nicht sehen kannst, weil der Teppich rot ist! Und dein Lego-Steinchen ist auch rot! Und du kannst es nicht sehen! Und es wird so weh tun! Und du erschrickst dich! Hoffentlich!